Und damit ein herzliches Willkommen hier wieder zurück bei den Wikingern. So, wir brauchen die Live-Szene. Und die Live-Szene, die passt nur wieder nichts. Das ist ja mal wieder Lenden. Wundervoll. Ach, mein Fehler. Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich euch. Wenn man sich mit der Software nicht auskennt, sollte man es lassen. Das dazu. Ja. Zurück in Valheim. Zurück bei den Wikingern. Wir haben gestern ein Trolllager gefunden. Eine Trollhöhle. Ich hoffe, der kommt nicht raus, der Kollege. Der war schon ziemlich groß und ich bin sehr froh, dass ich ihm entwischt bin. Ein Schlitzel has arrived. So, hier hat gestern noch was geblinkt. Dann hatte ich aber vergessen, das Spiel auszumachen und jetzt ist es weg. Gut, schade. Aber den Baumstampf nehmen wir noch Baumstumpf. Eigentlich ist es ja kein kompletter Baumstumpf, sondern nur... Nein. Die Reste eines Baumstamms. Nehmen wir noch mit. Ah, Hirsch. Das war klar. Kaum ziehe ich das Messer, ist der Hirsch wieder weg. So, hier haben wir gestern sehr gut Wildschweine gejagt. Und noch anderes Viechzeug. Wir brauchen noch Feuersteine. Kriegst du den mit? Feuersteine auf jeden Fall. Und wir müssen zusehen, dass wir noch was zu uns nehmen. Die 6 und die 7. Dann gehen wir nebenbei noch ein bisschen schwimmen. Um das mit zu leveln. So, jetzt sind wir hier. Aha. Maeve, ich krieg dich noch. Das war klar. Wieso? Ich hab dir nichts getan. So, hier können wir uns ansehen, wie wir die Zäune zu setzen haben. Das ist sehr interessant. Und hier haben wir wieder das Problem mit dem Schwein. Wie kann ich dir was zu essen geben? Wie kann ich dir was zu essen geben? Es kam ein Update. Das Schwein hat ein Zeichen. Ich weiß jetzt aber nicht, wofür das steht. Das ist leer. Okay. Löwenzahn. Löwenzahn. Löwenzahn auf was anwenden auf den Boden. Wofür muss ich vielleicht ein Messer weglegen. Hm. Schwierig. Vielleicht geht das Thamen ja jetzt. Kein hungrig zu sein. Okay. Was ist denn, wenn wir mal 2 nehmen? und rauslegen? Hallo? Er will nicht. Er will nicht. Achso, ob er jetzt einen sieht. Dazu ist das Zeichen da. Demüt' ich jetzt mal. Ja, ähm. Wieso hat er denn jetzt die Fackel gezogen? Das weißt du gar nicht. Ich würde dir gerne einen Pilz geben. Boah. Guck mal, ein Pilz. Ist das nicht was für dich? Anscheinend auch nicht. Ach, du bist doof. So, das Wildschwein. Das kenne ich jetzt halt nach Hause. Löwenzahn wird er auf die Erde anwenden. Okay, also anpflanzen kann man anscheinend auch noch nicht so richtig. Oh, okay. Okay. Gab es dafür keinen Lizard-Schwanz? Fast voll beladen, ne? Nein, falsch. Du kannst nicht mehr Pilz essen. Du sollst auch keinen Pilz essen. Du sollst einfach nur... ...ein Wildschwein ein Stück Pilz hinlegen. Ich probiere das, bis das klappt. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier. Ich mein... ...echt jetzt? Okay. Pilze! Pilze! Es sind Pilze. Aber es ist immer noch sauer. Das arme Schweini. Es tut mir leid. Komm mit, meine Kleine. Was ist denn hier? Ja. Einen nächsten Trophäe haben wir auch noch nicht. Kein Platz im Inventar. Warum? Weil... Voll, voll. Okay. Wir sollten erstmal dringendst die Sachen nach Hause bringen. Was ist das für ein epischer Steinkreis? Pilze! Wir müssen nur aufpassen, dass wir die... ...die Hirsche nicht stören. Was ist das? Na, ist... Okay. Also anscheinend, es wurde ein bisschen was gefixt. Pilze findet man jetzt viel, viel öfter. Wo ich vorher kein Glück hatte, liegen sie plötzlich... ...überall in der Gegend herum. Bis? Aber dafür... ...gibt nicht mehr jeder Lizard seinen Schwanz her. Das ist schade. Der Kleine hat Angst. So. Unsere Hütten. Es gab einen Sturm. Müssen wir irgendwas reparieren? Wir waren ja eine Weile weg. Sieht jetzt nicht so aus. Hat gut überlebt. Dann lass uns mal einsortieren. Bitte was? Warum? Hallo? Warum funktioniert mein Feuer nicht mehr? Das ist jetzt ein bisschen deprimierend. Das ist ein bisschen sehr deprimierend. Das muss noch kochen. Das ist genießbar. Bei dem weiß ich noch nicht, ob man das auch kochen kann. Hübsch, aber startlich. Okay. Profäen. Nächsten Profäen. Die perlenartigen Augen und der scharfen Klauen täuschen über die eingriffig, so friedvolle Natur dieser kleinen Exel hinweg. Okay. So, ähm... Profäen hatten wir hier oben. Nicht hier. Das sind Werkzeuge. Werkzeuge, Pfeile, Pfeile, gelöhnt. Hier war so ein Zeug. Hier waren auch Blümelis. Genau. Äh, komische Augen. Profäen. Was hatten wir hier? Ah, ja. Okay. Das heißt, wir brauchen noch eine Truhe. Eko? Ruhe. Und das mit dem Feuer sollte ich schleunigst klären, warum das nicht mehr funktioniert. Ich habe mir so einen schönen Kamin gebaut. Gelber Pilz. Ja, da, da, da. Das kann man essen. Okay, dann muss das woanders hin. So, Pflanzenzeug. Was ist das? Karotten. Äh, Essen. Na, wir sehen. so. Haben wir das? Haben wir das? Ähm. Hiervon nehmen wir was mit. Problem. Lagerfeuer. Müssen wir jetzt angehen. brauchen wir eine Kiste mit, äh, Steinen. Die drei. Verschiedenes. Lagerfeuer. Also kann ich nicht hier bauen. Ich habe so die dumme Vermutung, dass das jetzt nicht mehr da drin funktioniert. Dass das jetzt draußen gebaut werden muss. Ist das ein Fresser geworden? Dann müssen wir das einfach nur neu setzen. Ich versuche, ich versuche es erstmal mit neu setzen. Ähm, drei. Dann. Entfernen. Es qualmt. Es macht drauf. Okay. Das lässt hoffen. No. Keine Reparatur benötigt. Ja, ich würde das Teil aber auch gerne entfernen. Oder kann ich es jetzt nur entfernen, wenn ich das ausgewählt habe? Ne? Ist die Maustaste nicht mehr? Ich glaube, meine Maus geht auf. das wäre uncool. So, die drei, ähm, verschiedenes. Bauen. Zack. Oder gehst du jetzt wieder aus? wahr geht es dir. Mein schöner Kamin. So, dann setzen wir hier wieder das da drauf. Sehr schön. Oh, was können wir denn hier machen? Eine G-Abstelle. Wir brauchen 20 Leder-Schnipsel, 5 Mariahaut und 15 Feuersteine. Leder-Schnipsel. 20 Stück. Please hold the line. Leder-Schnipsel. Hat er. Hat er. Hat er. Geht das jetzt hier wieder aus, oder was? Ich habe extra die Wand hingesetzt, damit das hier nie so dampft. Ähm, die drei. Die sind jetzt nicht mehr ausgegraut. Kann ich das auch an die Wand bringen? Nee. Moment, ich muss nicht hier reinzoomen. So, und ich brauche mal eine Standfackel hier, glaube ich. Es ist arg dunkel. Werkbankstufe 3. Oh. Oh. Zu weit entfernt. Was können wir denn? Upgrade. Wir können erstmal alles schön auf Stufe 3. Gut, spare ich mir was reparieren. Upgrade. Upgrade. Und Upgrade. Sehr schön. So, warum kann ich die? Ach so. Knochenfragmente. Dafür habe ich nicht genügend gleichen zur Verfügung. Hammer ist und der Lederhemm, da braucht auch Knochenfragmente. Nein, nein. Das ist blöd. Ich hatte bis jetzt nur eine Leiche gefunden. Harz, Leder, Schnipsel, Leder, Schnipsel. Okay. Ein Rehhautumhang. Noch ein Fragmenter. Feuerstein-Axt. Eine Axt schärfer als Stein. Ich brauche nur noch ein paar Feuersteine. Die könnten wir uns holen. Aber ich muss hier mal Deko. Harz. Packen wir weg. Okay, ich brauche den Harz, ich brauche die Feuerstellen. Wir haben nur einmal Knochenfragmente. Das ist mies. Das ist richtig mies. Das ist richtig mies. Kann ich auch in die Wand bringen? Nee, schade. Hätte ich ja gerne gemacht. Dahinten ist hier schon Licht. Licht ist hier dahinter. Jawohl. So, machen wir es mal ein bisschen hell hier. Etwas Licht ins Dunkle. Was wollte ich jetzt? Feuerstein-Axt wollte ich machen. Müssen wir mal kurz gucken, wo sind denn jetzt hier die Unterschiede? Schlitzen 20. Ansonsten Lockwert, Portierwert genau dasselbe. Wir machen sie uns mal. Feuerstein-Axt. Können wir das hier auch gleich upgraden? Brauchen wir einen Lederschnipsel? Ich glaube, ich habe keine mehr. So, aber lasst uns mal schauen, ob wir etwas davon auf den Grill hauen können. Nein, können wir nicht. Also, man merkt, das kann man nicht grillen. Und die Blaubeeren auch nicht. Schade. dann etwas Fleisch. schade. Ich kann an einem Hackquats und am hier abgestell nichts weitermachen. Das ist wirklich nur zum Abwerten da. Ich habe das Gefühl, hier ist verdammt die Sicht drin. Oder liegt das jetzt an draußen? Achso. Warum? Na, ich nehme das mit. Ist das jetzt meine Hütte, die die ganze Gegend so vernebelt? Ich hoffe mal nie. Ich meine, das sieht schon, wenn ich jetzt hier so gucke, älter Schwede. Da wurde ich ganz kurz vergiftet von einer kleinen Rauchgrasvergiftung. Das gibt kein Platz mehr. So. Nicht dort, sondern bei mir. Von hier aus können wir leider nicht die Werkbank bedienen. Wollte ich jetzt aber noch mal kurz hin. Upgrade. Wir brauchen auf jeden Fall einen Lederschnipsel. Und Knochenfragmente. Wenn uns aber die Wildschweine und die Frische keine Knochenfragmente geben können, wird es schwer. Also wir bekommen es hinten voll zu töten. was ich nicht so ganz glaube. Wie waren wir denn noch? Ja. Zurück. Machen wir den Schöpfung. Wir brauchen eine Knochenfragmisse. Wir brauchen die Knochenfragmisse. Wir brauchen die Ja, gibt's ja. Wieviel haben wir noch? Zwei noch. Die kaufen wir noch schnell und dann... Ne, ich möchte was reparieren bitte. Das. Danke. So, da ist der Nixenschwanz. So, ein Stück davon. Sechs Stück davon, das können wir mal hier hin machen. Das gehört da hin. Und dann schaffen wir den restlichen Kladderadatsch. Diese ist schon Stufe 3. 25, 25. Na, wir brauchen ja nur... Was brauchten wir dazu, um die abzugraten? Feuersteinmesser, Feuersteinachs. Lederschnipsel. Okay. Holen wir. Lederschnipsel gab's von... Ein Wildschwein. Ist das ein Stein oder ein Wildschwein? Erkläre dich mir. Natürlich ein Stein. Da hinten ein Hirsch. Den brauchen wir aber auch. Haben wir jetzt schon gesehen. Ne, ne? Er hat sich nur erschrocken, weil es plötzlich nass war. Was, da stand irgendwas von fünf? Ich weiß was nicht. So, die sechs, die sieben, die acht. Und schon haben wir genügend Ausdauer für alles mögliche. Das war ja klar. Der musste mich natürlich sehen. Klingt das eigentlich was? Das würde mich jetzt... Nein, nicht laufen. Das würde mich interessieren. Ähm, ne, das ist das. Hier. Unbewaffnet. 21. Was ist dahinter? Das muss ich jetzt einfach mal testen. Ich liebe es ja, Spielmechaniken auszuprobieren. Einmal kurz einen ganzen Ausdauerbalken in den Stein reinkloppen. Ach, ne. Ja, so kann man sich auch natürlich hoch... hochleveln. Er ist schon alarmiert. Er hat Angst. Zack! Rohes Fleisch und Leder Schnipsel. Takt! Die Maeve. Nee. Die Möwe kriegst du nicht. Da werden wir wahrscheinlich einen Bogen dazu brauchen. Und Bogen, Warglaube, Knochenfragmente? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt ein paar Tiere holen. Alles, was wir so finden... Na, natürlich. Du siehst mich wieder eher, als ich dich. Das war so klar. Warte, warte. Fängt gleich da. Ich helfe dir. Danke. So, wo ist der andere Hirsch? Ich bin vorne. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ob es Zeit, dass wir hier mal aufräumen? Oh, ein Haus. Mit nichts drin. Schade. Sehr, sehr schade. Ja, das war klar. Dass du direkt angelatscht bist. Ach, schade. Ich dachte schon. Ein Riesenfeld voller Pilze. Aber Himbeeren gehen auch. Hey, Himbeeren. Nehmen wir natürlich immer. Ja, damit. Und da oben habe ich schon den Wildschwein gesehen. Das macht sich natürlich vortrefflich. Wie sieht denn das aus? Bringt das was? Wenn wir... ...ein anderes Werkzeug dazu nehmen. Ich glaube es zwar nicht, aber man kann es ja mal testen. In einigen anderen Games ist das drin. Nimmst du ein anderes Werkzeug zu töten. Dann bekommst du unterschiedliche Materialien raus. Ich vermute es mal nicht, dass es hier ist, weil es ist mir noch nicht aufgefallen. Aber probieren geht über studieren. So, jetzt bleibt mal stehen. Jeder Schnipsel, Großfleisch, Wildschwein, Trophäe. Nee. Leider nicht. Schade. Dann müssen wir wirklich darauf vertrauen, dass wir irgendwo Skelette finden. Das denke ich mal schwierig wird. Mal hüten. Ich wurde vergiftet. Was denn? Bleib ganz unruhig. Ich muss ja erstmal wieder eine Bodenplatte einsetzen. Damit ich dorthin komme. Achso. Bodenplatte kann ich nur einsetzen. Okay. Also die mögen mich definitiv nicht. Ich will das kaputt machen. Ich will das kaputt machen. muss ich jetzt hier wirklich eine Werkbank hinbauen. cooles Haus. Ich will das haben. Ich will das haben. Ich will das haben. Ich will das haben. Jochen kann man bestimmt bei sich dann irgendwo mit verwenden. Könnte ich ja fast auch wetten. ah ja die gegend kennen wir hier sind wir letztes lang geschwommen so lissart schwanz wird auf die 6 und hier noch ein bisschen die gegend noch mal ja dass seine nachkommen jetzt gibt es teil hier noch mal interessant warum wird das nicht auf der karte angezeigt da war es nur hier jetzt da auch noch ich fühle mich nicht länger ausgeboten damit kann ich leben wo ist der hirsch ja natürlich bergziegen hier wieder das war so klar ich habe nur das dumme gefühl dass wenn ich jetzt hier runter gehe komme ich so schnell nicht mehr hoch ich suche knochenfragmente hat hier jemand irgendwo knochenfragmente gesehen welcher hier machen wir auch wieder gerne mit haben wir dann wenigstens etwas für ein stein haben wir etwas dann für die wildschweine das wäre wo ja ich bin in deinem wald es tut mir leid so haben wir jetzt 5 liter schnipsel das ist jetzt nicht euer ernst ok ich sollte mal mehr in die richtung gehen da kann ich das wieder weg machen aber mit rechts geht es wieder weg also links könnt ihr euch an der markierung setzen mit rechts geht es wieder weg kann ich dann hier unten auch was raschelt denn hier in meinem rechten ohr wo ist es keiner nicht mal der reiner so wie viele pilze haben wir denn mit fünf stück wir sollten auf jeden fall nicht aggressiv erscheinen wir sind auf jeden fall gewarnt und es kommt sturm auf jeden fall nicht essen kein hunger also okay schade und essen Da liegen jetzt so viele leckere Sachen. Da muss ich nur mal umdrehen. Kann ja sein, die kann man auch 10. Einfach provokativ dort stehen. Hier. Bis. 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 ich brauche die 6 und 7 und dann hätte ich gerne hier die im bären drauf ich weiß noch nicht wozu ich den ganzen löwenzahn brauche aber es wird sich hier noch erschließen bin ich mir definitiv sicher steine brauche ich auch mal wieder es war doch der buggy stein von vorn versuch nichts setzen ja mal sein können ich habe glück hier jetzt bleibst du hier bitte danke gern geschehen ich brauche nur dein fleisch so wb vielleicht sind wir gut ausgestattet mittlerweile vielleicht müssten wir mal kochen bogen teuersteinspeer wir machen uns einen bogen das war schon aufpassen nicht dass wir wieder kohle draus kriegen lederschnipsel die meise hier habe ich alles ledern mitgenommen wir müssen eindeutig mehr tiere jagen es tut mir leid ich will es selber nicht aber es muss sein pfeile acht holz eben zwanzig pfeile kann man mal machen 40 ich glaube hier oben hatte ich noch ein paar in der truhe genau ich habe natürlich wieder feuersteinspeile gemacht ich verbracht erst mal ganz gemütlich ne feuersteinspeiler hatte ich gefunden ich würde sagen gut dann lege ich die noch mal auf seite feuersteinspeiler und mehr trophäen was soll ich denn mit den ganzen trophäen ne braucht auch kein mensch haben wir wieder blümelis und ich würde mal sagen die keule brauche ich nicht die feuersteinaxt da würde ich gerne abreden und arzt brauche ich gerade auch nicht die frage auch nicht alles unnötiges gewicht eine hacke brauche ich gerade auch nicht dann kommen wir hier dann machen wir das so essen essen wir unten mit rein und ich würde sagen wir holen ein bisschen holz und dann bauen wir uns einen Stall das haben wir gestern oder vorgestern wollte ich das schon anfangen und machen wir heute das war klar dass du gleich angerast bist bitte danke danke so wie gut wie gut wenn man mal eine braucht ist keine da ist keine da da unten was gibt das hier dann drei stück könnten wir damit jetzt auch fische rausholen zum beispiel wäre ja mal interessant aber erstmal holen wir uns diese mähebe das war das war das war so fisch ist es ist natürlich schlecht nach ist aber ich sehe ein und gegen das licht es muss jetzt natürlich gegen das licht sein also es ist ein stein es ist ein feuerstein schade nein wir gucken mal weiter jeden fall mebe also mit rechtsklick kann man auf jeden fall abbrechen das zielen den pfeil würde ich auch gerne wieder mitnehmen das geht leider nicht wäre auch zu schön gewesen wieso geben die würfen eigentlich kein fleisch wenn man einmal weiß wie wie nah man rangehen muss und wie man zielen muss das ist eigentlich relativ einfach sie jetzt auf einmal hin so dann gucken wir uns noch den skill an bürgen schaden mit oben gut zurück zu unserem eigentlichen anliegen heute jetzt wo denn wieder an jetzt gerade nie weil stabil und stabil selbst für die feuerstein axt ist es einfach zu stabil so wer macht jetzt mehr schaden feuerstein axt hat 15 ich gucke an der falschen stelle schnitzend 25 schnitzend 20 dann machen wir das weiter mit der normalen und 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 auch ein opfer altar für irgendwas für irgendwas ich will den stumpf kaputt machen den würde ich gerne mitnehmen hackt den hacker ich würde den gerne von und 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 du from ne baum fällt praktisch nur in welche richtung natürlich meinem bergauf wo das hat definitiv weh getan Bobo! Ja moin. Und der denn? Servus, grüzie und hallo. Was bringt dich in meine kleine Hütte? Level 24. Kommt der aus dem Nichts hier? Kannst du nie warten bis du dran bist? Meine Güte. Oh nee. Das war so klar. Feiersteine nehmen wir mit. Ist aber schon mal cool, dass die Baumstämme schwimmen. Die Systeme von dem Spiel sind der Burner. Macht einfach Spaß. So, ist das ja auch noch? Nee. Nicht so nah wieder im Abgrund. Das war eben genug. 15, 17. Nehmen wir die Feuerstein-Axt. Dann bist du herzlich willkommen, wenn du dich für das Spiel interessierst. Nein, bist du immer herzlich willkommen. Ich spiele auch noch ein paar andere Spiele. Seit wann ich streame? Boah, seit letztem Jahr. Mitte letzten Jahres. So, können wir das hier mal nach oben drücken, bitte. Nach oben laufen, dagegen drücken und dann können wir es kaputt machen. Jetzt schwimmen. Die Systeme sind einfach... So, 6, 7, 8. Einmal alles aufessen, bitte. Oh, 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 oh. Ich sterbe gleich. Das war klar, dass du jetzt hier ankommst. Und ich hier gerade mit dem Baumstamm kämpfe. Ich würde gerne das Schilfrohr noch. Diese Kanonenputzer. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber... Ich würde da schon irgendwo was einfallen, was man damit machen könnte. Ich würde jetzt gerne hier bitte raus. Danke. Oh, Steine. Nehmen wir auch mit? Brauchen wir auch ein paar? Ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Ausgeruht fühlte ich mich schon lange nicht mehr. So, die 5. Ich muss gleich mal tasten, unbelegen. Das hätte ich gerne auf der 4, wenn die so gut ist. Bleib stehen. Immer schön aus dem Weg gehen bei den Baumstamm. Ich habe bei meinem ersten Holzfällerversuch oder bei einem der ersten Versuche versucht, den Baumstamm aufzuhalten. Keine gute Idee. Keine gute Idee, wenn der am Rollenbaum. Überhaupt keine gute Idee. Das hat den ersten Druckrohr verursacht. So. Wie viel Holz haben wir denn schon? 109. Daraus lassen sich ein paar Pfeile machen. Daraus lassen sich ein paar Pfeile machen. Was? Ich bin voll. Okay. Dann geht es jetzt einfach mal nach Hause. Einmal zurückschaffen. Hier oben. Hier oben liegt noch die Birke, die ich mitscheine. Okay. Und ein Hirsch. Schaffen wir mal die Baumaterialien zurück. Beziehungsweise nicht ganz. Ich hätte gern ein paar Holzpfeile daraus. So. So. Können wir noch irgendwas Neues bauen, was ich gerade bräuchte? Nein. Ich würde gerne Feuerstein Speer. Ach so. Da fehlt ja ein bisschen was. Gut. Schafft man das erstmal? Nein. Nicht teilen. Jetzt ein bisschen zurück. Oh. Das ist halt. Schön. Ein paar Baumsamen. Oh. Halt. Halt. Reparieren noch. Zum Glück kostet reparieren keine Ressourcen. Das macht das Ganze sehr, sehr praktisch. So. Hier unten. Die Lizards. Sind wir anwesend? Ja. Sind wir. Das war klar. Ich sehe nichts. Okay. Das war die Zähne. Das war die Zähne. Das war die Zähne. Das wäre das. Das war die Zähne. Das war die Zähne. Bogen 4. Wunderbar. 63 Schaden. So, wie war das jetzt mit den Fischis hier? Feuerstein. Jetzt hat sich die See etwas beruhigt. Wunderbar Sturm. Das würde ich dann jetzt doch gerne mal austesten. Ob das vielleicht funktioniert. Sieht nicht so aus. Ach, gezogen halten. Braucht auf jeden Fall Ausdauer. Damit gewinne ich auf jeden Fall keinen Blumentopf. Gut. Schade. Das Update-Modus muss ich auch mal ausschalten. Das nervt jedes Mal. So, ich warte da hinten in die Richtung. Noch ein paar Bäume ernten. Und dann bauen wir ein Gehege für Wildschweine. Oh, Mann. Ein Einsterne. Ein Einsterne. Jawohl. So, Fleisch und Leder. Sehr schön. Gut. Wir holen uns unsere gute, neue Feuerstein-Axt raus. Der wollte noch... Nein, nicht gegen das Haus. An der Stelle wollte ich den Baumstamm aufhalten. Und das ging überhaupt nicht gut aus. Nein. Nein. Nichts kaputt machen. Das war... 61 Schaden. 25, okay. Kann ich mitleben. Hallo? Wir hauen. Du musst ja auch wirklich aufpassen, wo du hinschlägst, weil... Genau. Dann passiert nämlich sowas, dass du einfach mehrere Gegenstände triffst. Was bekommst du denn jetzt hier angelatscht? Das war zu tief. Ich hoffe, dass... Dann die noch... So. Ein bisschen reparieren hier. Die schadhaften Stellen. So. Erledigt. Erläuft Leder rum. Ich vermisse noch ein bisschen Leder. Da müssen wir verdammt hoch zielen. Okay. Dann zielen wir halt nicht. Wir müssen einen Lizard essen. Und einmal... eine Himbeere. Ich hasse es langsam hier an dem Hang. Mal zacken zu müssen. Macht auf Dauer keinen Spaß. Verkeilen ist okay. Okay. Ich glaube, das sollte reichen. Für einen kleinen Schweinestall. 58. In der Kiste ist auch noch etwas. Bauen wir den mal. Rennen Level 12. Ich hatte schon angefangen. Nein. 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 Hier ist es jetzt wieder hier unten. Es ist manchmal wirklich schwierig zu platzieren. Einmal ist es oben, einmal ist es unten. Also Hausbau ist geil. Hausbau geht richtig gut. Die Dinger klippen aneinander ohne Probleme. Zack, 90 Grad Winkel von Ecke zu Ecke. Aber dieser schöne Zaun. Einmal Klipp da oben, einmal Klipp da unten. So, den Stein nehmen wir dann gleich mal zum Rausspringen. Aus diesem Gehege. Das ist jetzt in der Luft. Tatsächlich ungünstig. So, ich weiß ja nicht. Es soll jetzt auch kein Riesengehege werden. Ich glaube, das ist schon viel zu groß. Und wieder auf die rechte Maustaste mit meinem kaputten Finger. Deswegen sieht das so komisch aus. Entschuldigung, dass ich immer ins Baum in die Rutsche. Ich glaube, so geht das wesentlich einfacher. Dann lassen wir es halt nicht klippen. Oh, das war jetzt in die falsche Richtung. Hallo, Maustaste? Naustaste 3 funktioniert bei mir aus irgendeinem Grund. Und nicht mehr so wirklich korrekt. Wird dann doch mal Zeit für eine neue Maus. So, dann halt ungeklippt alles. Du sein solltest trotzdem. Ist doch falsch. Und. Dann holen wir uns Hildschweine. Also. Versuchen. Nehmen wir hier den Stein auch mit. Was? Was? Ich sammle die Kreaturen des Waldes um sich. What the heck? Äh. Hallo? Äh. Warum? Was habe ich getan? War der Zaun jetzt eine schlechte Idee oder was? Noch ein Stück Fleisch. Ja. 7. Aber warum? Wir können ja gerne zur Schlachtbahn kommen. Habe ich überhaupt nichts dagegen? Das spart mir viel Zeit und Blühe. Ah. Da kommt der Erklärbär. So. Lass hören. Du wurdest das Opfer einer Invasion. Von Zeit zu Zeit wird dein Lager das Ziel herumstreuender Monster. Da dir in diesen Fällen starke Waffen nicht den Sieg garantieren, solltest du in Erwägung ziehen, eine starke Verteidigung zu errichten, die mächtig genug ist, um alle Eindringenden in die Flucht zu schlagen. Äh. Nö. Danke. Danke fürs Gespräch. Das nächste Mal bitte anders. Könnt euch gerne anmelden. Dann könnt ihr vorbeikommen. So. Dann kann ich nämlich auf den Stein und dann hier drüber. So. Machen wir die Hütte noch zu. Und dann ist er rum. Hier klippt es wieder richtig. Nein. Es tut mir leid. Ich habe einen gebrochenen Finger. Der steckt in einer Schiene drin. Und deswegen komme ich öfters auf das Baumenü, auf die rechte Maustaste. So. Das war natürlich jetzt intelligent von mir. Komm ich hier überhaupt irgendwo rein? Ja. Hier komme ich rein. So. Dann müssen wir nur noch ein Wildschwein fangen. Können wir eigentlich mal wegnehmen da. Das ist völligstens unnütz. Und dann da reinlotsen. Wie wir das, ob wir das hinkriegen. Das ist die andere Frage. Ähm. Wir reparieren mal kurz unsere Klamotten durch. Und unsere Gegenstände. Es kostet ja zum Glück nichts. So. Was brauchten wir denn für den Speer? Wir brauchten noch Feuersteine. Habe ich noch ein paar? Ich glaube. Ja. Locker. Zack. Feuersteine. Speer. So. Können wir was aufbreden. Den Bogen. Machen wir. Okay. Auf Level 4. Lederschnitzel. Noch mehr Tiere sollen dran glauben. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Nein. Nicht heilen. Jetzt auch noch. Holz. Das brauche ich nicht. Das kann auch nicht hier rein. Mh. Ich würde sagen, die normale Axt lassen wir da. Nehmen dafür den Speer mit. Den sollten wir jetzt trainieren. Das lassen wir auch da und das andere ist Essen. 10. Wie viel haben wir? 10 davon. 4 davon. Ich brauche mehr Lizards. Eindeutig. Weißt du dich wunderst hier über diese Konstruktion? Das ist ein Kamin. Weil sonst steigt der Rauch durchs Haus. Einmal komplett hier durch. Und sammelt sich an der Decke. Das heißt, dort oben kriege ich ganz schnell eine Rauchgasvergiftung. Deswegen. Ich möchte auch zeigen, wenn du hier zu nah rangehst. Du kannst nicht im Rauch atmen. Dann wirst du leben. Ungünstig. Und da du aber Feuer in der Hütte brauchst. Und das Feuer hier nicht auf den blanken Fußboden setzen kannst. Also auf den Holzfußboden. Ist ja logisch irgendwie. Weil. Brennt sich ja durch. Musste ich das auf den Fußboden setzen. Also auf die Erde. Und musste mir einen Kamin bauen. Oder besser gesagt zwei. Weil ich würde gerne, wenn ich in der Hütte bin. Hätte ich gerne überall warm. So. Ähm. Das haben wir. 18 Pilze. Wir nehmen die mal mit. Wir nehmen auch mal die Leuchtepilze mit. Und die Imbeeren. Oder Heidelbeeren. So. Dann wird hier schließlich keine Säcke vor dir führen. Führen. Also zumachen. Beschweinen. Leuchtet noch irgendwas. Und was vergessen mitzunehmen. Kann das sein? Harz. Und hier. Holz und Harz. Okay. Ja komm her. Ach nee komm wir. Wir testen mal Speer. Der ist schnell. Haben wir da einen Sekundärangriff? Ja. Wenn er gehen würde. Die Maustaste behindert immer mehr. Sekundärangriff. Machen wir auch auf Alt links. Bitte danke. Gern geschehen. Oh. Das ist werfen. Hier. Pilz. Sei lieb. Ich hab dir einen Pilz gegeben. Jetzt hör auf. Oh. Sei doch mal lieb jetzt. Ne. Ich will nicht lieb sein. Wer da nicht lieb. Was sind wir hier noch? Leder. Dann schleichen wir uns mal an. Oh. Wenn das andere Hirschhitz hin? Keine Ahnung. Aber da ist ne. Ist die Möwe grad durch den Berg geflogen. Und du suchst da was zu essen. Bestimmt. Du siehst doch schon so hungrig aus. Ich muss jetzt ins Wasser gehen. Das war super. Ich habe einfach kein Glück. Oh, Feuerstein mitnehmen. Also die Sachen respawnen auch wieder. Nichts. Nichts. die 16 jahre muss er jetzt hin wieder wegen dir Sei mal lieb. Anstrengend. Anstrengend. Ja, wäre ich auch. Dann halt an. Ich sollte mir Wildschweine auf einer Geradenfläche suchen. Das klappt so nicht. So, letzter Versuch hier einen Hirsch zu zähmen. Ganz viel Material. Ich hab Pilz. Ich hab sowas. Ich hab sowas. Und ich hab sowas. Ich hab sowas. Ne? Interessiert einfach mal Null. Schade. 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 Nehmen wir immer mal gerne mit. Ich würde gerne welche anpflanzen. Irgendwie irgendwo. Dier. Das war sogar. jetzt ja hier gibt es ganz viel Fressi Fressi ihr müsst nur herkommen wir brauchen mehr auf einer Stelle das war hier hinten doch jetzt sind hier garantiert keine mehr oder nervig webe was denn nervt jetzt hier nicht rum ich will endlich so ein Wildschwein fangen hier Pülze da wieder nicht das ist echt schwieriger als gedacht so klar ist das möchte ich das mitnehmen nee alter Schwerder da sind wir noch nicht so viel da geht noch ein bisschen was zwei Sterne die hätte ich gerne mal eine kleine bin hier so weit weg fast fast So, Fisch ist bereitet. Und hier hauen ab. Ist ich jetzt glücklich? Haben halt ein Prozent. Genieß dein Futter und lass mich in Ruhe. Hm. Ja. 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 unnäquig machen. Wir sind bei dem. 5. 6%. Ja, es könnte jetzt eine Weile gehen, ne? Das ist jetzt nur die Frage, bleibt das Zeug hier liegen, wenn ich weggehe? Dann funktioniert das auch noch bei den Tieren, wenn ich weggehe. Also läuft das trotzdem weiter. Ich würde sagen, wir finden das heraus. Bisschen Rehhaut, bisschen Fleisch. Bisschen viel Rehhaut und bisschen viel Fleisch. So, aber ich brauche noch ein paar Lizards. Und vor allen Dingen, wie sieht das jetzt bei euch aus hier? Nein. Jetzt nicht. Nein. 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 mich zuschlagen. So. Dann gehen wir nochmal an die Stelle gucken, wo wir gestern waren und suchen mal die Höhle. war der hier irgendwo und vielleicht bekommen wir da wieder ein paar Knochenfragmente in der Zeit können sich dort hinten die Wildschweine kümmern das war natürlich einmal weg ist einmal weg gehen wir mal reingucken das Zeug hier wieder respawned also hier sind schon mal keine Pilze gut ich will nochmal kurz testen ups au mit Verlaub das tat weh aber massiv da brauche ich definitiv mit dem Messer nicht anfangen was haben wir denn hier 3 bis 5 weiß kaputt ist schlechten 20 also wenn dann müssten wir mit dem Messer einmal zuschlagen im Schleichmodus und den Rest dann wahrscheinlich mit dem Speer machen oder oder der Feuerstein-Axt gut zu wissen Anne ist das eigentlich anderes Holz Pannenzapfen 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 damit eine neue Tanne wächst klingt logisch Pannenzapfen 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 dann machen wir bei uns mal vor der Haustür einen schönen Mischwalt Pannenzapfen 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 Das war voll. Geht's, wer denn alles toll mit? Oh 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 Ich muss nach Hause ganz schnell 1hp 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 2hp 1hp 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 So, Lagerfeuer. Äh. Bett. Was sind Gegner denn hier? Wo denn? Ich will schlafen. Meine Güte. So, haben wir es jetzt. Tür zu. Schlafen. Ah, ich kann nicht. Ausgeruht. Bequem. Vier. Was ist das? Ne, das ist BVP. Ich würde gerne wissen, was das da oben alles zu bedeuten hat. Wie wir vielleicht... Ach so, hier steht es ja. Du fühlst dich ausgeruht. Lebens- und Ausdauerregenerationen sind erhöht. Lebensregenerationen plus 50. Ausdauerregenerationen plus 100. Ruhend. Du ruhst dich derzeit aus. Lebens- und Ausdauerregenerationen sind signifikant erhöht. Lebensregenerationen plus 200. Ausdauerregenerationen plus 300. Ausdauerregenerationen plus 300. Das heißt... Sofort voll. Hattenboxen. Was mich da nervt, ist aber, dass das Feuer aus ist. Das muss ich ehrlich mal sagen. So, gehen wir mal zu den Wildschweinen gucken. Was da passiert ist. Guck mal, was passiert ist. Hier liegt noch irgendwas. 28 Himbeeren. Ach, guck mal, die hatte ich vergessen. Ein Stück Fleisch. Und das ist die 7 und die 8. So. Da muss man ein bisschen springen üben. Ein Neck. Zwei Neck. Komm ran. Ja. Komm raus. Ich will unbedingt schwimmen gehen. Okay, dein Schwänzchen. Auch Fleisch. Fleisch der besonderen anderen Art. Was cool ist, es macht keinen Unterschied, ob man joggt oder stehen bleibt. Die Ausdauerregeneration geht bei beiden sehr schnell. Da sind jetzt ein Haufen Wildschweine. Aber ich hatte ja hier hinten ein Feld angelegt. eine Futterstation. Da gehen wir jetzt mal schauen. Ich hoffe mal, es ist was passiert. Die ganzen Ressourcen sind nicht unbedingt weg. Großfleisch. Okay. Keine Ahnung, wie lange das schon dort lag, aber das macht auf jeden Fall Hoffnung. So. Schmeinies. Er ist auf jeden Fall in love. Immer noch. Wir legen noch ein paar Ressourcen. Eins, zwei, drei Schweinchen in love. Dann gehen wir mal gucken. Wer denn wie weit ist. Nehmen wir erst mal nochmal was zu essen mit. Was ist das? Was ist der Hirsch? Was ist der Hirsch? Ich muss mal ein Stück Lizard-Schwanz essen. Ich will doch mal nachgucken, wie weit ihr seid. was ist der Hirsch? 33. 31. 31. Okay. Okay. Ah, da müssen wir noch ein Stück weg. Na gut. Dann müssen wir die noch ein bisschen in Frieden lassen. Das heißt, beim nächsten Mal geht es hier an der Stelle weiter. Wir versuchen uns eine Härte Wildschweine anzulegen. Es dauert nur eine ganze Weile. Wie lange? Werden wir sehen. Und genauso, ob es überhaupt funktioniert. Ich bin jetzt noch nach Hause. Und mach dann für heute Feierabend. Ein bisschen was geschafft haben wir heute ja. Wir haben endlich rausgefunden, wie man sich Wildschweine zähmen kann. Fast gestorben sind wir. Wir haben uns schon mal sowas wie einen Stall gebaut. Ach ja, den da hinten, die wollte ich eigentlich noch kopieren. Das machen wir das nächste Mal. Gehen wir noch mal gucken, wie der aufgebaut ist. Das fand ich nämlich eigentlich gar nicht schlecht. Dieser Unterstand. Klassisch drüber. Und dann müssen wir zusehen, dass wir noch ein paar Waffen haben. Beziehungsweise selbige Gewässer. Ich schtheid. Ich schrei. Dankeschön. Zabyle. Grar. Boraz. Kerique wieder. Ära was Musik ist Vache. Der Wares der malad es limpier ist. Wie laden wir die Waffen ist. so schön ausgebildet zu hause jumping jack ist so geschlafen und diese zeit nicht schlafen gehen schade und wir könnten uns ein hölzschild und ein schild das machen wir das nächste mal schön was was hat es gemacht ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal da ist er wieder ich wünsche euch noch einen abends je nachdem wann ihr zuschaut das video und einständig aus